Herzlich Willkommen bei How Baut Your Moped. Abonnenten meines Kanals wissen, dass ich eine Restaurierung S51-S53 durchführe. Ich habe jetzt zwölf Wochen jetzt nichts mehr von mir hören lassen, weil ich gerade ein anderes Projekt hatte. Ich habe meine Wohnung komplett modernisiert. Ich habe da einmal komplett umgebaut, alles gemacht, Fußbodenheizung, Elektrik, Bad, einmal komplett. Deshalb blieb jetzt erstmal keine Zeit für die Restaurierung. Aber es geht weiter. Bleibt dran. Das Moped wird noch komplettiert. Ich habe mir in der Zwischenzeit auch schon mal ein paar Teile besorgt. Es gibt ja einige, die wissen, wie sie ausgeschaut hat, weil es gab Videos bzw. das Eröffnungsvideo. Am Anfang wisst ihr, es gab diese Maske vorne drauf. Die hat mir nicht gefallen, weil es ist einfach nicht Simpsons-Style. Und ist halt ein Nachbau, den wollte ich halt nicht haben. Aus dem Grund habe ich mir diese Maske jetzt besorgt. Die wird wahrscheinlich noch in Weiß oder beziehungsweise sie wird in Weiß entweder umlackiert oder kriegt ein weißes Cover drauf. Weil sich die Follower von mir oder beziehungsweise alle, die das Video angeschaut haben, haben sich für die Lackierung Weiß entschieden. Also gibt es einen weißen Tank, weiße Seitendeckel, rote Streben, schwarzer Rahmen und demzufolge auch eine weiße Lampe dazu. Den Tank habe ich mir in der Zwischenzeit auch besorgt, also ist jetzt momentan dieser Tank. Den werde ich nochmal komplett entlacken und neu lackieren. Der ist in einem guten Zustand. Man kann es auch gut hören. Er ist nicht verrostet, hat keinen Rost innen drin und sieht gut aus. Den werde ich also verwenden. Alle anderen, die schon mit dabei waren beim Zerlegen, kennen diesen Tank hier noch. Der war original auf dem Moped verbaut. Ich habe ihn jetzt einmal komplett entrostet. Dabei sind mir auch schon beim Auseinanderbauen aufgefallen, dass es hier eine Roststelle gab, die komplett für Durchrostung gesorgt hatte. Ich habe diese jetzt mit Zinn versiegelt. Der Tank ist wieder dicht, also ist alles wieder in Ordnung. Beim Entrosten kam hier auch noch ein kleines Loch zum Vorschein, was ich natürlich dann auch nochmal komplett mit Zinn versiegelt habe. Dann ist der Tank jetzt einmal komplett entrostet. Ich habe alles Rost entfernt mit Zitronensäure. Da gab es einen Tipp von Zweiradbrigade. Die haben das mit Zitronensäure gemacht und ich habe das genauso durchgeführt. Also Zitronensäure, ich habe glaube ich 9 Esslöffel eingefüllt und habe dann diese 8 Liter heißes Wasser draufgelegt. Ich habe das 24 Stunden stehen lassen, einmal durchgewaschen, ordentlich gründlich gereinigt. Danach nochmal mit Splitt und scharfen Gegenständen, also Schrauben kann man nehmen oder Muttern oder wie auch immer, den noch einmal komplett durchgerüttelt, damit sich auch wirklich der letzte Rest von diesem Blätterteig, der sich innen bildet, gelöst hat. Danach noch einmal entrostet, 24 Stunden lang. Danach schön trocken gelegt. Alles gut trocknen lassen, nachdem ich den ordentlich durchgespült habe, auch mit Wasser. Und danach kommt ja das Highlight, also die Phosphorsäure. Ich habe mir Phosphorsäure bestellt, habe die eingefüllt, weil Phosphorsäure ist Rostummantler und die nimmt man her, um solche Gegenstände schön zu entrosten. Wenn ihr wissen wollt, in welchem Zustand euer Tank ist, einfach mal draufklopfen und zwar befüllt oder nicht befüllt, man hört es. Wenn er so klingt, ist er total verrostet. Wenn er so klingt, ist er absolut in Ordnung. Also das als Kauftipp auch für euch, probiert das vorher, wenn er nicht rankommt, weil das zugeschlossen war, was bei mir ja der Fall war. Also es war ein Tankdeckel mit Schloss und das Schloss hat einfach nicht mehr getan. Also es ging nicht mehr auf. Demzufolge konnte ich das nicht überprüfen. Jetzt weiß ich, einmal kurz draufklopfen, dann weiß man, in welchem Zustand der Tank ist. Vor allen Dingen innen. Also ich habe auch innen keinerlei Rost mehr, es ist alles sauber. Und demzufolge werde ich den auch lackieren. Und werde den mal gucken, was ich da für ein schönes Design draufbringe. Also mir schwebt da eine Speziallackierung vor. Aber lasst euch überraschen, das werde ich dann noch zeigen, wie ich das mache oder beziehungsweise was ich da gemacht habe. Ansonsten kann ich euch nur sagen, bleibt dran. Bleibt Abonnenten. Es geht weiter hier mit dieser Simson. Die wird auf jeden Fall noch fertig gebaut. Ich habe schon Pläne, wie ich das alles mache. Also ich habe ja beschrieben, dass ich hinten diese Verkleidung wieder anbaue. Was von einem Simson Straßenmodell war. Also diese Heckverkleidungen sind da meistens mit dabei gewesen, bei den späteren Modellen S53. Da passt aber die vordere Kanzel nicht dazu. Also demzufolge habe ich mich entschieden, okay, ich werde die zwar auch lackieren, werde die mit einem Tankset komplett anbieten. Und dann werden wir das halt veräußern. Gibt es halt dann zu kaufen bei mir. Oder bei Ebay. Ich werde es mal reinstellen. Mal gucken. Und werde hier hinten diese hinteren Halteren wieder entfernen. Ich werde hier hinten auch einen neuen Bügel dran machen. Einen passenden Bügel, damit das dann halt zu der Maske und zu dem Design passt, wie die Simson eigentlich auch gehört. So weit, so gut. Also wenn es euch gefallen hat, einfach einen Daumen hoch. Wenn ihr folgen wollt, wenn ihr ein Abo abschließt, seid ihr sofort mit dabei, wenn es weitergeht mit der Restaurierung von dieser S51, S53. Ich werde euch mit weiteren Tipps versorgen, mit weiteren schönen Detailvideos, wie alle Schritte einfach der Reihe nach aufgebaut werden. Also es geht ja jetzt hauptsächlich dann schon mal um die Elektrik, die hier so rumbammelt. Wie man dann die Masken aufbaut. Ich werde in der Zwischenzeit gucken, dass ich den Tank lackiere. Dass ich das alles mal fertig habe. Und dass wir das Ding möglichst schnell dann einfach lackieren und fertig bauen können. In der Zwischenzeit habt ihr ja gesehen, dass ich eine S51 dann mal komplett aufgebaut habe von meinem Kumpel. Der ist diese Woche jetzt schon in den Teilen gewesen. Also ich habe in, glaube ich, vier Abenden, haben wir da mal so ein Moped zusammengebaut. Aus lauter Einzelteilen einfach komplett neu aufgebaut. Ging relativ zügig. Wenn alles da ist, ist es ja auch nicht allzu viel. Man richtet einfach alle Teile einmal kurz vor. Baut das alles mögliche zusammen. Also die ganzen Bremstrommeln, alles mögliche schon mal komplettieren. Und dann einfach alles nur noch zusammenschlichten. Gucken, dass die Elektrik läuft und dann geht es halt weiter. So und das Moped ist wie gesagt in Detail. Ist gerade mal eine Runde um Gardasee gefahren. Ich werde euch da auch nochmal mit Videos versorgen. Mein Kumpel hat da halt mit seinem Spitzel da halt noch ein paar Videos geschossen. Alle beiden Mopeds sind schon mal bei mir auf dem Kanal gelaufen. Also ihr könnt die Videos dann anschauen. Es sind beides alles Simson S51 Kasten umbauten. Mit einem veränderten Heck bzw. ohne Herzkasten. Sehen ganz witzig aus die Teile. Man kann da ziemlich viel machen. Wir haben jetzt auch an dem einen Moped einen schönen Luftfilter angebaut. Dass der auf jeden Fall nicht so laut ist. Wie gesagt, wenn ihr ein Abo abschließt, seid ihr mit dabei. Also einfach folgen. Und auch unten meine Kommentare. Könnt ihr gerne was reinschreiben, wenn ihr irgendwelche Fragen, Anregungen habt. Also ich wünsche euch bis dahin viel Spaß. Und wir sehen uns. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.